Mein Name ist Manuel Merle, ich bin 18 Jahre alt, ich spiele auf der Linksverteidiger-Position. Ein meiner bisherigen Vereine waren die Sportverein 06 Catch und der SV Waldhof Mannheim. Mein Ziel mit der Mannschaft ist auf jeden Fall der Klassenerhalt und meine persönlichen Ziele sind, wieder hundertprozentig fit zu werden und mich immer weiter zu entwickeln.